einen wunderschönen guten morgen liebe seele ich hoffe dir geht's gut ja wir schauen auch heute wieder in die energie des tages hinein und ich würde mich freuen wenn du dein abo like und kommentar da lässt das pusht den algorithmus dieses video weiter auszuspielen und natürlich ist das gut für jede seele die diesen impuls bekommt ja die letzte oktober wochenende hat angefangen halloween sam hain steht vor der tür und die portal tage gehen zu ende besser gesagt der portal tag korridor es ist also eine woche der auflösung und des neuanfangs und wir wollen sehen was der montag heute ja dir für energie mit gibt und dir aufzeigt was jetzt gerade von bedeutung sein sollte damit du auch weißt was auf dich zukommt so es sieht auf jeden fall schon mal sehr spannend aus wir haben hier klärende gespräche beziehungsthematisch kommen hier positive botschaften oder klärungen auch etwas sehr sehr schönes hier kommt nämlich klarheit ins feld zumindest innerlich ja so du kommst zu deiner natur wieder ein bisschen im frosch am hals am morgen du kommst wieder so ein bisschen mehr in der natur du spürst dich wieder mehr selbst und vor allem dinge die dir unklar sind bekommen jetzt so einen schritt klarheit ja so dass du auf jeden fall schon offener über deine gespräche über deine gefühle sprechen kannst dass du auch offener bereit bist dinge zuzulassen oder auch dinge abzustellen ja dass du für dich einstehst und nicht mehr so festgefahren bist denn heute zeigt es ganz klares wachstumspotenzial plus tatkraft potenzial und da haben wir nimm dir zeit für dich mit der tulpe erfreue dich an entspannten aktivitäten die deine seele nähren das ist etwas was wahrscheinlich in letzter zeit viel zu häufig ja den den raum in deinem leben nicht hatte ja diese zeit für dich und zeit für dich heißt nicht dass du immer ganz allein sein muss sondern dass du eben das tust was dir spaß macht was du was dich erfreut was dich erfüllt da haben wir nämlich die me time hier auch da die sehr viel verändert die sehr viel klärung auch in den tag mit einbringt weil deine gedanken sich nicht nur in eine richtung bewegen wie arbeit freundschaft familie sondern sich wieder zu dir lenken lassen was willst du überhaupt wer bist du mit welchem impuls möchtest du durchs leben gehen und das ist etwas sehr sehr schönes weil wir haben ja auch die nachricht die natürlich aufzeigt welche kreise gehören zu deinem leben und das außen hat hier heute gar keine chance das zu beeinflussen weil du tief mit dir selbst schwingst und das ist natürlich etwas sehr her prophezeiendes möchte ich schon sagen nähere deine innere licht säule und finde dadurch stabilität in allen lebenslagen na schau doch einmal an so langsam haben die portal tage einfach einfach ausgedient nähere deine innere licht säule also auch dich und dein energiefeld und finde dadurch stabilität in allen lebenslagen und die stabilität haben wir hier in der gesundheit ganz klar positive nachrichten wir haben die stabilität in der arbeit auch ganz klar es steht große veränderung an aber positiv und wir haben hier stabilität in partnerschaft freundschaft weil ich hier differenzen geklärt werden man sieht ganz klar man erntet was man gesät hat wenn jetzt die ganze zeit streit war dann sehr erntest du einfach entweder eine entschuldigung oder du erntest einen cut oder das gleichem wenn hier aber auch klärungs energie gerade da war dann erntest du heute so ein bisschen klarheit ja dass du einfach einen schritt weiter weist um für dich ja ein glückliches leben vollführen zu können ein sehr sehr schöner impuls weil der natürlich dir auch mehr innere ruhe gibt und dadurch auf allen lebenslagen stabilität bringt öffne dein drittes auge ja du kannst ohne angst das zentrum deiner hellsichtigkeit öffnen wenn du das tust wirst du die wahrheit sehen oh ja jetzt haben wir das malende uhrwerk ja oder die zahnrädchen die miteinander kombiniert weil wir haben die stabilität in allen lebenslagen wir haben die wahrheit die aufzeigt ja in der klärung welche veränderung vonstatten geht wenn du bereit bist deinem dritten auge ja die möglichkeit zu geben sich zu öffnen dass du dich nicht abwindest von deinen intuition von deiner von deiner gabel sondern dass du 100 prozent du bist so wie du früher mal warst oder vielleicht warst du auch vorgestern noch so aber die letzte zeit hat dich einfach ein bisschen geschafft diese veränderung zeigt dir auf jeden fall den ersten großen impuls heute nämlich dass du gar keine wenn und aber oder vielleicht und nicht vielleicht an den tag legst sondern du bist viel mehr in deiner klaren ansicht und du machst heute einen großen schritt für deinen weiteren lebensweg der dir natürlich hilft in deine spur zu kommen für das leben was du dir wünschst gehe neue wege und wandel auf dem fahrt der liebe und heilung na dann schau doch mal an die ganze zeit sprechen wir davon hier kommt die karte dazu um die neuen wege zu gehen und der fahrt der liebe den fahrt der liebe zu wählen dem fahrt der liebe den bist du schon mal gegangen man sieht ja hier dass die kommunikation schon mal gut war man sieht hier dass die emotionen schon mal viel besser waren ähm es geht aber auch vor allem darum neue wege zu gehen wenn die alten wege nämlich nicht mehr funktionieren oder brüchig sind ja dann darfst du neue wege gehen du darfst neue verhaltensmuster an dir kennenlernen du darfst neue gedankenmuster an dir kennenlernen und das ist im grunde genommen nichts schlimmes sondern es ist die das wachstum ja das wachstum dass du auf einmal anders denkst dich anders verhältst dass du nichts mehr festgefahren haben möchtest sondern entweder in der erfüllung oder eben in der ja wie soll man sagen abgrenzung ja die neuen wege beziehen sich hier gerade auf partnerschaft und auf die arbeit weil hier haben wir die zwei großen klärungskarten mit dabei liegen wichtig dabei ist nur dass du wirklich loyal dazu stehst was du willst du nicht aus dem affekt heraus handelst denn hier über emotional zu handeln das wäre der größte fehler dann kommst du nämlich in die wiederholungsschleife weil du dann wieder ganz am anfang ja beginnen solltest so einheit mit dem hibiskus auch schön du bist durch gott und mit jedem verbunden benutze diese heilige verbindung um deine familie freunde und dich selbst zu heilen hier auch noch mal die last die du auf dich genommen hast dass du immer für jeden da sein musst und auf jeden fall dass du auf jeden diesen weg auch gehst weil du bist eine verbindungsperson diese verbindungsperson deswegen liegst du hier auch sehr zentral versucht das netzwerk zu halten durch deine liebe und deine neuen wege die du jetzt gehst kannst du auch den großen weg gehen für mehr liebe und heilung in deinem kreis und das ist natürlich etwas was dir persönlich auch sehr wichtig ist und darum lebe es einfach aus und werde glücklich eine fähigkeit in dir erwacht zum wohle aller wesen sei bereit auch hier du lässt deine gabe zu du bist bereit deine dein drittes auge zu öffnen du bist bereit neue wege zu gehen hier gibt es kein wenn und aber mehr du du schaffst den bewusstseinssprung auf den du die ganze zeit jetzt vorbereitet worden bist du schaffst jetzt diesen weg zu gehen der dir immer schon vor die füße geworfen wurde aber du hattest die nicht so richtig erkannt weil du einfach in der thematik von deinem außen von deinem lebensleben von deinem geschäftsleben von deinem freundes leben du warst einfach zu befangen mit anderen themen dass hier auf gar keinen fall sich etwas entfalten konnte jetzt aber wächst über dich hinaus und das ist etwas sehr sehr schönes weil es auch deinem außen sehr viel kraft gibt so lass gerne ein like kommentar und abo da wenn du eine ausbildung bei uns machen möchtest oder ein coaching oder eine kartenlegung schau in die video beschreibung wir freuen uns auf dich bei uns Untertitelung des ZDF für funk, 2017